Sehnen Sie sich nach schmerzfreien Ausflügen in die Natur? Dann können Sie im Wundambulatorium unter der Burg Hilfe finden. Marianne Kuhn ist eine anerkannte Wundexpertin. Sie ist in der Lage, den Heilungsprozess von chronisch offenen Wunden sowie traumatischen Wunden wie Verbrennungen zu ermöglichen. Da hinter einer nicht heilenden Wunde meist ein weiteres Krankheitsbild steckt, nimmt sich Marianne Kuhn die Zeit, um entsprechende Symptome zu erkennen oder verborgene Krankheiten auszuschließen. Eine Überweisung Ihres Hausarztes ist nicht nötig. Jedoch arbeitet das Wundambulatorium unter der Burg eng mit Ihrem Arzt zusammen und verweist Sie bei Bedarf an Fachärzte. Konsultationen bei Marianne Kuhn sind Krankenkassen anerkannt und eine Zusatzversicherung braucht es nicht. Wundambulatorium unter der Burg, damit Sie die Schönheiten der Natur wieder schmerzfrei erleben können. Wundambulatorium unter der Burg